hallo alle zusammen ich freue mich dass ihr wieder zuschaut bei meinem video blog grüße euch ich hoffe ihr hattet heute einen schönen tag und egal was ihr gemacht habt dass ihr irgendjemand vielleicht ein kompliment gemacht habt weil ihr etwas total super toll fandet oder derjenige hat es verdient einmal ein kompliment von euch zu bekommen und ich finde man verteilt viel zu wenig kompliment in dieser zeit und vor allem komplimente wenn man jemanden liebt und ich möchte jetzt das lied singen von den sportfreunden stiller ein kompliment und dieses lied geht an meine frau die ich über alles liebe und jetzt kommt das größte kompliment das man machen kann so und dann legen wir einfach mal los wenn man so will bist du das ziel einer langen reise die perfektion der besten art und weise still momenten leise die schaumkrone der woge der begeisterung bergauf mein antrieb und sprung ich wollte dir nur mal eben sagen dass du das größte für mich bist und sich ergeben ob du denn dasselbe für mich fühlst für mich fühlst wenn man so will bist du meine chill out area meine feiertage in jedem jahr meine süßbahn abteilung im supermarkt die lösung wenn mal was hat so wertvoll dass man es sich gerne auch spart und so schön dass man nie darauf verzichten mag ich wollte dir nur mal eben sagen dass du das größte für mich bist für mich bist und sich ergeben ob du denn dasselbe für mich fühlst für mich fühlst für mich fühlst Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du denn dasselbe für mich fühlst. Ja Leute, ich wünsche mir, dass ihr morgen irgendjemandem ein Kompliment macht. Und egal wem, ich freue mich auf den nächsten Videoblog. Macht's gut, euer Rainer.